Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo zusammen, mein Name ist Viola Amherd. Ich bin bekannt als die Chat-Setterin. Mein Lieblingstier ist Leopard 2. Das macht mir Sorgen. Ja, die Middle-Life-Crisis. Mein Lieblingstier Tränk? Ich hätte gedacht, der Grenodier Syrup. Aber glaube ich? Ja, ich glaube natürlich an die 10 Aufgebote. Ihr Lieblingsessen ist ein guter Dreingangsvipf und obendrauf noch ein Fresspäckchen. Mein Motto ist, in der Ruag liegt die Kraft. Was ich dir noch sagen wollte, eure Sendung ist sehr gut, aber für euch im Wallis wäre euch wieder mal Zeit für die Schuppen. Hier mal ein Bild von mir, und jetzt wünsche ich allen Grüezen und unseren Schweizer einen schönen Abend. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.